In den letzten Tagen und Wochen konnten wir viele neue Mitglieder für das Team Deutschland gewinnen. Wir haben uns mal umgehört und die Leute gefragt, warum sind die eigentlich mit dabei? Ich bin im Team Deutschland dabei, weil ich denke, dass wir in diesen schwierigen Zeiten eine starke Führung brauchen. Und Angela Merkel macht das sehr gut als Kanzlerin. Ich bin im Team Deutschland, weil Angela Merkel bisher einen super Job gemacht hat und ich möchte, dass sie ihn weiterhin macht. Und weil ich mich dafür engagieren möchte, dass etwas passiert in der Politik. Weil ich denke, dass Angela Merkel die Antwort auf die Wirtschaftskrise ist. Weil ich von der Angela Merkel total überzeugt bin und ich sie als Frau, weil ich selber eine Frau bin, sehr gerne unterstützen möchte. Ich bin im Team Deutschland dabei, weil Angela Merkel die erste Bundeskanzlerin ist und Bundeskanzlerin bleiben sollte. Weil wir das Team Deutschland brauchen, um erfolgreich zu sein und zu gewinnen. Und weil ich möchte, dass Angela Merkel auch in Zukunft Bundeskanzlerin bleibt. Ich bin mit dabei, weil ich finde, die CDU Deutschlands braucht junge Leute, die für die CDU kämpfen, für die Mitte kämpfen, vor allem aber auch für die Ideale unserer Partei. Deshalb versuche ich, Frau Merkel zu unterstützen und ich denke, wenn ich das nicht allein werde, dann ist es kein Versuch mehr. Dann ist es eine richtig dynamische Sache und dann werden wir was erreichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.